Nagelstoß! Schöne 100 Kregelpunkte Da kann man sich halt die Verbesserung verkaufen Ich bin halt ein bisschen geizig am Anfang Das ist halt, weil das Wenn ich erstmal gucken muss, was ich am Ende hier noch kriege und was ich nicht kriege, weil das wollte ich ja den legendären Umhang Beziehungsweise die Ausrüstung die man da bekommt Das wird was ganz tolles sein So hier ist Elise Die kleine Bitch Müssen wir eben kurz anonym werden Sollen wir mal eben gucken Wir haben jetzt natürlich keinen Händler in der Nähe Das ist natürlich scheiße Da oben ist der nächste Händler Aber egal Das werden wir wohl noch eben schnell so schaffen Das ist wieder hier so eine Ja genau Duntons Opfer Das war das was ich gemacht habe Nur für einmal den Skillpunkt noch Fehlte mir Äh das Schloss knacken hoch So wir haben die Hinrichtung Spielen machen wir Sie bringen den König hoch Bist du sicher, dass Shemar kommen wird? Ja, ganz sicher Worauf warten wir dann noch? Trennen wir uns Dann sind wir auch schneller Bringt den Verurteilten vor Also da geht's jetzt ab Jermaine eliminieren Ja das Gebiet der Kunden Für Gelegenheiten sorgen Tipps 2 Wundstücke 53 Wachen Und 8 Verstecke Mal gucken wo der denn rumlauft rumläuft hier der Vogel Wollt ihr mal mein Bayonett sehen? Ja wir werden uns erstmal hier in Ruhe ein bisschen umschauen Oh 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 Da ist ja alles voll mit Wachen Ich glaube ich muss einmal anders rum Oder? Das ist natürlich Abfuck Ja gut Komm eine Basiake habe ich noch Hey hat er mich sofort entdeckt? Das gibt's doch gar nicht Hey wie gehen die denn ab? Hey Leute so aber nicht So aber nicht So aber nicht Freunde nach Cheat Das ist ja richtig übel Wie kann ich denn hier nicht untertauchen? Du musst doch hier untertauchen können Hey Sag mal du spinnst doch Du alter Elite Muschi du Wie gehst du denn ab bitte sehr? Wie gehst du denn ab bitte sehr? Du wirst mich aber Entschuldigt wenn ich gerade nicht so viel reden kann aber Ey die sind zu krass die Typen Die sind zu krass Die sind zu krass ehrlich Ich glaube ich spinne So jetzt machen wir das anders Jetzt machen wir das ganz anders Wir gehen jetzt erstmal gucken hier Und zwar werde ich jetzt erstmal Verrat der Königin Verrat der Königin Mich aufmachen zum Händler Aber ich habe hier wieder keinen Keinen Punkt wo ich mich wieder hin porten kann hier Oder? Ach guck doch mal ich bin doch bescheuert Gut Da gibt es doch einen Händler Da gibt es doch einen Händler Da gibt es doch einen Händler 27 Meter Interagieren So jetzt werden wir erstmal gucken hier Wir werden jetzt erstmal Verbrauchsgegenstände Wenn wir erstmal alles auffüllen Ja So dann werden wir erstmal gucken bei den Fähigkeiten So was haben wir jetzt nochmal hier Das waren die verschiedenen Schwerte die ich nehmen kann Fernkampf So Auffüllpunkt Bombengeldbeutel Bombenbetäubungsbomben Verbesserte Phantomklinge Beschreibung durch die Verbesserung der Phantomklinge Kann diese ohne Nachladen zweimal abgefeuert werden Oder Berserkerkling verschießen Okay das ist auf jeden Fall nicht schlecht Bombengiftgas Diese Bombe erzeugt eine große Giftgaswolke Die jedem Schaden zufügt der sich in ihr auffällt Wenn sie auskürzt ist Drücken sie kurz R1 um sie schnell zu werfen Oder halten sie R1 um gezielt zu werfen Okay das ist auf jeden Fall was was wir jetzt auf jeden Fall lernen werden Das kann in der Meute hier Von Vorteil sein So was haben wir denn hier noch Schlossknacken haben wir jetzt gelernt Wir haben dann hier noch Verkleiden Und Gemeinschaftssinn Das macht jetzt keinen Sinn Gesundheits Upgrade 9 Das dickste Fell Die Fähigkeit im Kampf sehr viel mehr Schaden auszuhalten Das werden wir jetzt auch machen So jetzt werden wir uns nochmal Die Verbrauchsgegenstände Das sieht jetzt so aus als wenn er die Gibt Gas Da habe ich jetzt natürlich nur 2 Das war natürlich wieder klar Ich muss mich mal ein bisschen näher hier ran Hier ran schleichen Mal zu sehen wo der überhaupt ist der Typ Ja geh doch hier runter du Idiot Geh hier runter Also manchmal hängt der aber auch wie Socke Das machen wir erstmal ein bisschen vom Acker hier Das machen wir erstmal ein bisschen vom Acker hier So Das habe ich bereits schon gefunden Das habe ich in der Online Mission gemacht Weil da habe ich Waren wir auf dieser Karte zu Gange Habe ich das geholt Mal gucken dass ich auch wieder irgendwo hier rauskomme Und ich wieder an derselben Stelle Das wäre natürlich ärgerlich Ja Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit Das sind die Die 3 ausschlaggebenden Niedergeschriebenen Worte Der Lieber Day of Freedom Weiß ich wie das auf Französisch heißt Wie genau Viva la Revolution Ja Kommen wir der Sache schon ein bisschen näher So hier sind wir aber völlig falsch Hier kann ich überhaupt nichts anfangen Getötete Schützen Also das wird dann natürlich jetzt mal ein bisschen kniffliger hier Aber es macht Spaß Also muss ich ganz ehrlich sagen Es ist schön, es macht Bock Wir sind natürlich wieder hier hoch Leute Leute Shibu 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 Ich muss da irgendwie höher kommen Ich muss von weiter oben Dankeschön für das Was für die Grüße Wo komme ich da denn rüber? Nicht da hinten jetzt, dann haben die mich doch sofort entdeckt Ah wie viele das sind, das ist Wahnsinn Und hier ein Schuss aus der Reihe überhaupt Das ist ein Schuss aus der Reihe überhaupt nicht Das ist das Der Weg Wer hat da schon sein Schwert gezückt dahinten? Versteh ich nicht warum. Leute. Wieso, wieso macht er keinen Doppelattentat? Wieso macht er keinen Doppelattentat? Ich habe vielleicht eine Chance hier oben, wenn die alle die Treppe hochkommen, die alle einzeln am Ende. Dann habe ich vielleicht eine Chance. Wir verstecken uns jetzt erstmal hier. Ja, kommt alle hier hoch. Ich mache euch alle nacheinander platt. Okay, mein Ziel habe ich ausgefunden. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, so. Boah. Komm schon her. Er geht wieder hier besonders steil. Aber auch ihn. Aber auch ihn, den wir besiegen. Komm schon, komm schon, komm schon, Hano. Was machst du denn? Oh, er ist ja hier der Kommandant, oder was? Sag in your face, Digga, Alter. So, jetzt haben wir nämlich herausgefunden, dass der sich da unten versteckt hat. Jetzt werden wir die da hinten eliminieren. Nehmen wir kurz plündern hier. Aber warte mal, ich möchte auch auf jeden Fall einmal diese Giftbomben hier ausprobieren. Boah, die hauen aber gut rein. Die hauen aber richtig gut rein, Digga-Fung. Zack, die gehen alle drauf. Ja, das ist ja cool. Berserker-Klinge, Phantom-Klinge. Das ist ja eigentlich zu weit. Hallo, der muss sich jetzt gar nicht so umbringen, oder was? Ein Hinterhalt, oder wie? Da hat er auch beim ersten Schritt dabei. Monsieur de la Serre. Ja, ich wollte, dass er versteht. Der Auden war korrupt geworden. Klammerte sich nur noch an Macht und Privilegien. Doch ihr habt das korrigiert, oder nicht? Durch den Tod des Mannes an der Spitze. De la Serres Tod war nur der erste Schritt. Nun folgt das Meisterstück. Bürger, ich sterbe unschuldig. Meine Herren, ich bin an allem unschuldig, dessen man nicht beschuldigt. Ich wünschte, dass mein Blut das Glück der Franzosen zementieren würde. König ist nur ein Symbol. Ein Symbol kann Angst schieben. Angst sorgt für Gehorsam. Doch irgendwann verliert der nächste Kultus-Symbol in der Süd. Für diese Wahrheit ist der Moley gestorben worden. Der göttliche Anspruch von Königinistisch-Gemächten ist ein Glanz von Gold in der Sonne. Wenn die Krone und die Kirche im Stau belegen, werden wir, die das Gold haben, die Zukunft vornen. Nicht weg rein, ich will feiten, komm. Ich lasse dich nicht hier sterben. Ich lasse dich nicht hier sterben.